Der Tag der Schiene. Jedes Jahr im September feiern wir das Verkehrsmittel Bahn und blicken hinter die Kulissen. Lassen Sie sich für das Thema Schiene bei Veranstaltungen in ganz Deutschland begeistern. Ob Sonderfahrten, Talks zu spannenden Bahnthemen, Einblicke in die Arbeitswelt oder kulturelle Events, beim Tag der Schiene ist für alle etwas dabei. Sind Sie auf der Suche nach einer sinnhaften, zukunftssicheren Arbeit? Wollten Sie schon immer wissen, wie ein Zug eigentlich so funktioniert? Oder suchen Sie einfach nur nach einer informativen, unterhaltsamen Familienaktivität? Dann sind Sie beim Tag der Schiene goldrichtig. Arbeiten Sie in einem Unternehmen, einem Verband oder einer anderen Institution mit Bahnbezug? Möchten Sie andere für die Schiene gewinnen? Dann freuen wir uns auf Ihre Veranstaltungsideen zum Tag der Schiene. Feiern Sie mit und lassen Sie sich begeistern. Finden Sie Veranstaltungen in Ihrer Nähe oder wirken Sie mit beim Tag der Schiene. Alle nötigen Informationen für Besucherinnen und Besucher und diejenigen, die den Tag der Schiene mitgestalten zu sehen, dass Sie von der Schiene. alle nötigen Informationen, die den Tag der Schiene Teufel Wooofer Pferde in der Schiene. Werden Sie die Schiene.